Musik 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 Was passiert hier? Freunde Das tut Musik Herzlich Willkommen Heute Seht ihr auf jeden Fall den zweiten Vlog auf meinem Kanal Das ist der zweite Vlog, wir sind wieder in Dortmund City Dortmund So ein kleines Mini Bootcamp Content aufnehmen Wir werden hoffentlich und ich denke auch auf den Rasen gehen Dann seht ihr meine fußballerischen Skills Weil damals habe ich mit Barca gespielt Mir gefällt an Messi, dass er immer so schöne Tore macht Wo ich sieben war Wird ein sehr sehr neister Vlog, Freunde Wir sind geflogen, ich konnte, also ich habe noch nichts Ich habe das Interest jetzt aufgenommen Wir sind jetzt im Hotel, Freunde Weil ich Spanisch Klausur hatte Ich habe Spanisch geschrieben Reading Zweite war bodenlos Der Rest war gut Denke ich, wir sind jetzt eine 2 Und jetzt sind wir im Hotel, Freunde Wurden abgeholt von Dortmund Flug war super, sehr entspannt Jetzt sind wir hier Und jetzt werden es sehr sehr geile Samstag, Sonntag, heute Drei Tage Sehr sehr geile Tage, Freunde Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Szene wieder Wir gehen jetzt zum Stadion Let's go So Ich bin Freunde, wir sind back im Hotel, jetzt gehen jetzt pennen, war ein anstrengender Tag, Freunde, von der Früh, halb sieh, die Klausur, bam, fliegen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein Best of Two gezockt, haben gestreamt, haben noch ein paar Dinge präsentiert bekommen, haben noch über ein bisschen was gequatscht und morgen geht es richtig los, Freunde, morgen dicker Tag, morgen in der Früh, morgen noch mehr Aufnahmen von VG noch auf den Platz, hey, morgens morgen, Bierlo, Andrea Bierlo. Für Fortnite, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall auf den Daybreak, wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Abo. Es ist 8 Uhr, Freunde, 8 Uhr, wie krass ist denn 8 Uhr? Ich bin drin. Er, mein Name, komm mal raus, stepp mal raus. Hey, Junge. Was ist das, Bra? 187. Skipp an, skippt an, es ist mal wrist drop. Heute, gestreckt, kriegst du in seinen Knöchel hinein, dass er so abwinkelt. Okay. Er bricht. Abwinkelt. Es ist 8 Uhr und du gehst mal auf die... Alles, hast du zugebracht? Okay, das ist ja dunkel. Er ist so lustig, das ist unfassbar. Unglaublich. Bleib da locker. Hey, jetzt komm mal, mach die Tür. Ich geh jetzt frühstücken vorne, danach raus, heute Fotos, Motos und so ein bisschen. Opa, heute geiler Tag. Ernestos Malakos, Griegos, Griegos. Tor Garcia. Bratz, Bratz und malakos, Griegos, Griegos. Hey, was hast du gemacht, Leute? Fili, Fili, bunte. Ja, Freunde, alle Ehrenmänner, die jetzt am Start sind. Guck hier, Mumma, David, Duscha, Colin, Anton, stark von der Stadt. Stimmen, Leute, Kuss. Stimmen, Fili, bunte Smarties, f*** dich. On the way, Freunde, zum Trainingsgelände. Freunde, ich bin heute Videoassistent Referee. Ich muss mitnehmen. What the f***. Weil wir vielleicht eine Fußballchallenge machen, und wir uns da genau sicher sein müssen, und dafür die Aufnahmen auf dem Bildschirm sehen. Wir machen da noch vielleicht gute Präsentationen, haben wir gute Bilder benutzt. Danke. Waren die Bilder, wie? Ja, freigesprochen. Wir machen da noch vielleicht, Leute, glaube ich, einen, wie viel ist denn ein Outfit-Wert, müssen wir auch noch machen, gell? Ja, genau. Mit K&N, bitte. Piu, piu. Wir sind auch schon, dass wir uns ist. W-k loud. Bis zum nächsten Mal. Einen Schuss jetzt, Mitte vom Zieger. Manakostal auch. Okay. Gut gemischt. Wieder ein Schuss wäre der beste Kuss. Okay. Gut. Eldos 17. Ich brauche Druck. Ernesto mit klassischem Kaiser 5-Boomer. Mit links. Das war 25. Das war das Beste bis jetzt. Ja. Jetzt Marvin. Also wenn ich jetzt stehe, dann müssen wir ihn ausschneiden. Ohhhh. Noch mal, noch mal, noch mal. Hat keiner gesehen. Marvin, noch mal. Das schneiden wir aus. Jetzt waren wir gescheiter. Ja. Kannst schießen, du Boller. Mit Mercurial. Man denkt, der ist Scharabi. Oh. 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 Schieß, Digi. Das Glück war. Oh. Manakostal. Du musst doch Mutter raus hinterher starten. Ja. Verhungerts aus, ne? Ja. 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 Scheiße. Komm. Komm, du. Oh, war gut. War gut. War gut. Hast du das? Was? Oh, das ist das? Oh. Oh. Oh, das ist der갑. No. Der bleibt. Der bleibt. Das bleibt. Hier. Komm. Wir haben'n Nachher. Mach'n Training. Genau. Komm, sie Hello Training machen zum Tunnel. Oh. Den willst du drin haben jetzt, oder? Ja, scheiß aus der Rorte! Ja... Ich werde nicht aufs Gefühl. OOOAAAHH! AAAAAAAH! AAAAAAAA! EIN- 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 Ich fühle mich sehr gut, ich habe treffende Mittel in der Mitte, eine große Möglichkeit da. Es gibt nicht mehr, oder? Ja. Es gibt nicht mehr, oder? Oh, da war Andeuter! Der Mann hat einen linken Volley, oder? Nein. Sie lassen mich jetzt hier meine Technik-Doktor suchen. Ah. Das kommt gleich. Jetzt geht's auf. Ich zeig dir das. Du einmal. Bist du Toni Krobs? Wie bist du? Wolle. Weil du mich ausgelacht hast. Schau, wie ich weiß jetzt. Neben dem ganzen Ding. Ratscheibe. Ja, ja, schau. Ja, ist raus, schnell. Das war doch Glück. Das war Glück, war Glück. Glück. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Immer sind die Schuhe, oder? Guck mal. Viel, viel besser. Die Laterne. Also komm du ein. Wolle ist nicht so leicht, oder? Ja. 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 Wow. Spiel er? Ja. Spiel er? Okay. Eldos. Spiel. Spiel mir. hoch, dropkick. Ah 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 ah. Hier, brauchst du diesen BAM. Spiel er? Oder? Ja, ist der öffne. Ja? Ja. Eigentlich sicher. Man kann gar nicht nur das Punkt fahren. Ja. Jeder ein Schuss, höchste Punktzahl, Sieger. Jeder ein Schuss. Warte, nur kurz. Michael Real in Neon Orange. Schauen wir jetzt, was er mit denen kann. Klebt. Klebt nicht. Klebt. 10. 14. Double 14. 14 ist jetzt, steht es jetzt. Können Sie das mal richtig planieren? Rabona oder mit links? 8. Nein, filmst du kurz. Mein Schuss. Ah ja, du. Jetzt kommst du zusammen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Okay, Annie. Jawoll Junge, Gewinner. Oh, Stange. Stange, Stange, Stange. Hast du keinen Linken? Stange, Stange. Schöne Schuss. Ey. Aber er verliert 2. Da, da. Flieger. Hände direkt. Hände direkt. Hände direkt. Hände direkt. Hände direkt. Hände direkt. Scheiße. Ich bin nicht mehr so. Er klaut ihm einen Ball zurück. Getötİung. Ja, links. Werden das tun nicht? Ja, das ist schwierig. Jetzt konzentriert ich. Du hast Luftfahrt gewartet. Eine Stange. Das ist die erste Testphase. Die Anspannung ist da. Rühreihe. Gibt es das Betrink? Was ist das? Dann kam es auf. Das war die Zeit, dass er wusste. Er verdammt sich. Er will uns abschicken. Stark Junge, 8 von 10. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Das ist echt krank. Halt angespannt den Oberschenkel. Stark. Halt. Halt. Staaak. Staaak. Du hast eine Chance. Du hast eine Chance. Du hast eine Chance! Das ist eine Chance. Die Chance! Die Chance! Das ist eine Chance! Das ist eine Chance! Das ist eine Chance! Kona! Kona bei Eldos! Kona bei Eldos! Ich bin in der Mitte! Ich cross! Ich cross! Das ist ein Takt! Rammos! Aaaaaaah! Heckmann ist krass! Heiztun! Oah, der hat da! 2-0! 2-0! 3-0! Jeder hat drei Würfel vorne, wer mehr Hits hat. Let's go! Jeder hat drei Würfel und dann machen wir drei mit Fuß. Okay, ich hab zwei gemacht. Zwei? Ist gut. Meine Damen und Herren, Eldos. Wie ihr seht, ist Eldos 1,70m circa. Er muss den Ball mit der Hand da rein in den Korb werfen. Wow, nothing but net! Gut. Nächster. Nächster. Er glaubt, er ist Steph Curry, Junge. Was ist los? Wenn du jetzt nicht triffst, steht's gesamt 2-0 für mich. 1-0 Tech-Ball. 1-0 Basketball mit der Hand. Und... Ausgleich! Jetzt mit dem Fuß. Einmal aufbauen und dann lupfen. Na, guter Schuss. Guter Schuss, Digi! Warte! Ja! Trigger! Was passiert hier? Ja! Hemis gut! Oh! Vamos! Jetzt ich dran! Oh! Servus Leute! Willkommen zum heutigen. Eldos dreimal mit dem Fuss. Ah, schade! Zwei Versuche hast du noch Techniker. Ah! Korbelschiff? Ja, ja. Korbelschiff. Und? Ui! Das heißt, der Winner ist... Der Winner ist... Oh, ich hab das nicht aufgenommen. Ich hab das nicht aufgenommen. Hast du dich aufgenommen? Nein! Ich glaub nicht! Ich weiß nicht! Tschüss! 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 Your friends! Tag! Hi! Wow! Oh! Gott,誡 conditioning! Terns거� doin! Hinterkaufel Dies. Und drei! Echtet! Oh! Stange, Stange. Dann ärgert er sich aber nicht. Stange, die ist aber so unnötig. Weißt du, was er macht jetzt? Er nimmt den Ball an, dreht sich, macht es mal so. Er braucht 10. So, von den Armen ist jetzt dran. Das gab es für ich. 10 Bälle, 8 Treffer. Einmal Stange. Einmal, weiß ich nicht. Daneben. Nicht vorgeben. Jetzt die Arm. Ich sag, er macht auch noch. Nein! 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 Ja, Schicks in Barcelona. Das ist großartig, das ist großartig. Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Der war nicht zu sicher, der war sich viel zu sicher. Freunde, das war die kleine Challenge gegen Armin. Wieder zehn Bälle, ich hab acht gemacht, Armin sieben. Aber ich dachte, Armin hat acht gemacht. Auf jeden Fall, das sehen wir uns später wieder. Macht's gut. Wir machen jetzt etwas, und zwar bei den vier Toren, habt ihr gesehen, wo die vier Bälle rauskommen? Bei einem Tor kommt ja ein Ball raus. Und wir machen jetzt ein Roulette. Irgendeiner wird gehittet auf seinen Arsch. Zwei Bälle. Zwei von vier werden jetzt rasiert. Zweimal kommt der Ball raus. Roulette, Arschfetzen, Roulette. Jetzt kommt was Besonderes vor euch. Das hat noch nie einer gemacht, der hier im Football-Norten war. Und zwar Arschschießen. Und die Maschine wählt aus, wer den Arsch ausgewählt hat. Das heißt, fangt an zu wählen, dass ihr nicht drankommt. Also zwei Bälle, zwei Leute werden per Zufahrt ausgewählt. Eine Vorstellungsrunde. Eldin. Ermin. Dennis. Und Ernesto. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ich stand noch nicht. Du auch, ich glaube ich... Ermin. Okay. Go. Scheiße, was das denn? Ich muss schnell sein. Das ist voll lasch? Das ist zu lasch? Glaube ich. Stopp. Okay. Das ist voll das. Das war die Maschine. Ja, das war sehr. Sehr schön. Das war das. Ja, das? Das war das. Nee, alles war das? Ja, der ist dabei. Danke, alles war das. Ja, das war die Maschine. Wir sind im Hotel, heute war krank, mit Fuponaut, war heftig, mit 100 Kamer, ehrlich, alles krank. Es ist ein sehr, sehr geiler Tag, ich bin kaputt. Wir sind im Hotel, haben vorhin auch gestreamt, ich bin wirklich krank, kaputt, fertig. So Fuponaut, wie weit das? Ich hab das schon gesehen, ich war so los, obwohl ich war komplett madame, man denkt, ich hab Intus gehabt oder so, aber ja, ich sag euch so, Technik, Technik hab ich. Freunde, wir sind jetzt am Flughafen Düsseldorf. Richtung nach Hause, Erwin Navi ist hier. Yo, fuck. Das geht's. Auf jeden Fall. Gestern, Freunde, war zu krass. Gestern war zu heftig. Fuponaut, ihr habt das alles schon gesehen. Ich sag euch so, älteres Fußballskills. Zwei von zehn. Zwei von zehn. Nein, nein, nein. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Wisst ihr wieso? Wenn diese Reaktion, Reaktion mit mir war bodenlos, respektlos. Zwei von zehn. Ich war komplett, ich war komplett drunk. Aber, passen so, zehn auf zehn. Pässe, Übersicht. Kann man nochmal einblenden? Meine perfekten Pässe nochmal einblenden. Digga, was ist das für ein Zufall? Meine Jaya. Eines Tages. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, erst gerne ein Like da. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Und, Freunde, das war das Wochenende in Dortmund. Das war mein zweiter Vlog jemals. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Der zweite Dortmund-Vlog. Er war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Wochenende für mich. Mit Mr. Warncock, mit Erne Malakos, Dennis, Stefan, mit dem ganzen Team. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt, Freunde. Ich sage euch ehrlich, Fußballskills mit Andrea Pirlo. Andrea Pirlo nochmal einblenden. Ein Clip nochmal einblenden. Andrea Pirlo. Real Talk. 90 passen. Reaktion 44. Reaktion 44. Aber egal. Ich sage euch ehrlich, Freunde. Dieser Football-Naut, man muss den respektieren. Das ist schlimm. Diese Reaktion, dieses Umschalten. Sekunde. Aber auf jeden Fall, Freunde. Hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Und dass ihr gelacht habt. Und Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut dran. Das war jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020